Hallo Leute, habt ihr schon was vom Vollmond im Löwen am 25.01.2024 gehört? Es ist ein astrologisches Ereignis, das wir nicht verpassen sollen. Hier sind einige wichtige Punkte, die ihr darüber wissen solltet. Zunächst einmal, was bedeutet der Vollmond im Löwen? Der Löwe ist ein Feuerzeichen und steht für Selbstbewusstsein, Kreativität und Leidenschaft. Der Vollmond verstärkt diese Eigenschaften und gibt uns die Möglichkeit, unsere innere Stärke zu entfalten. Dieser Vollmond wird auch von einem Aspekt mit Jupiter begleitet, was bedeutet, dass wir eine positive Energie und Glück haben werden. Es ist eine großartige Zeit, um neue Projekte zu beginnen oder alte abzuschließen. Der Vollmond in Löwen wird auch Auswirkungen auf unsere Beziehungen haben. Wir werden uns mehr auf unsere Freunde und Familie konzentrieren und uns bewusst werden, wie wichtig sie ist für uns. Insgesamt wird dieser Vollmond im Löwen eine starke Energie haben und uns helfen, unsere Ziele zu erreichen. Nutzt diese Gelegenheit, um euch auf eure Stärken zu konzentrieren und das Beste aus ihm herauszuholen. Also markiert euren Kalender für den 25.01. Lasst uns den Vollmond in Löwen gemeinsam feiern. Tschüss, bis bald.